So, jetzt kommen wir zu einem Portugal-Spanien-Duell. Porto gegen Girona, das hast du gegeben im Achtelfinale letztes Mal. Und da hat sich, wie wir wissen, Girona durchgesetzt. Vielleicht sitzt die Rache. Ja, Girona hat aber als einziger Verein keinen Transfer getätigt in der Periode. Leute, die Up- und Downgrade sind manchmal ja uncool. So, ja, Umstellung hat es ja gegeben bei Porto, wie wir wissen. Porto hat doch das erste Spiel gewonnen. 3 zu 2 gegen Tottenham. Girona verlor das erste Spiel gegen Real Madrid mit 4 zu 2. Wie geht's uns? Also mir geht's gut. Wie geht's dir, ein Ding? Mir geht's auch gut. Fein, fein, fein. Hoffe dir geht's auch gut, Nick. Du genießt die Ferien so gut es geht. Kommst doch ein bisschen zum Zocken bei dem schönen Wetter, hoffe ich. Da bist du. Mir kommt schon. Mr. Kreuz. Mr. Kreuz. Oh, schön. Ah. Gute Blickgesprünge. Was machst du hier? Oh, schön. Basko, oder? Oh, schön. Also würde es ein Video geben für die schönste Vorlage, wäre das mal ganz vorne. Also der passt davor. Der war super. Von Miditao. Boah. Na Girona, letztes Jahr bis ins 4. Finale gekommen. Oh, was wird das für neuer Spaß? Das ist ein Spiel, was ich nie verstehen werde, warum das so beliebt ist. Dafür bin ich aber zu alt wahrscheinlich schon. Ja, war das mit Girona nur eine Eintagsfliege oder nicht? Oh mein Gott. Aber ich habe gehört, Fortnite soll sehr lukrativ sein. Warum? Soll 3 Millionen wert sein. Ein Sieg. Achso. Und für Rainbow, wenn du Erster bist, gibst du auch 1,3 Millionen? Wow. Genau. Da musst du gegen 5 Tagen. Aber das wäre ja auch ein ganz gutes Skill. Call of Duty kriegt man auch über eine Million, glaube ich, als Team. Mhm, Call of Duty war eine Million. Hockey League war 7500. Auf 3 Jahren. Na schön. Und dann. Leider ist er ein kleiner Bass. Aber sie kommen zur Chancen. Die Garnele. Die Garnele ist auch erst in den letzten Minuten ein bisschen untergegangen. Boah, der rennt nicht. Boah, den habe ich nicht angenommen können. Nein! Nein! Wie wichtig war das? Nein, Alter, warum ziehst du nicht ab, du? Ich will nicht rassistisch werden. Ui! Ja. Jetzt hat er es. Jetzt hat er es. Der Dummbeer. Jetzt weißt du, warum er Handschuhe hat. Man hat jetzt sogar den Atem gesehen von dem Typen. Ja, einer der Männer, warum ich die Mannschaft eigentlich genommen habe. Oh, lege ihn noch vor. Lege ihn noch vor, du Trott, Leute. Schnell gegangen, hier. Uuuu. Marika schießt seinen zehnten Champions Secret. Alter, ich werde genau analysieren, Alter, wer das war und der Flachmix, Alter. Ja, aber kann wirklich auch sein, dass Chirona sich eben durch diese Umstellung in keine Verbesserung oder keinen Abgang nicht neu entwickeln hat können, sagen wir es mal so. Ja, ist leider nicht gegangen. Oh. Nächste Saison kann man wieder durchstarten mit Budget. Oh. Wie viel wird davon abhängen, wie man sicher gut verkauft? Was? Untertanzen. Oder? Das glaub ich, dass er in dem Winkel so weit hoch schießt, aber bitte. Ok, ciao. Muss ich schon gehen? Hat mich gefreut. Eigentlich.. .. wenn der Patzer nicht gewesen wär. So, einen Wechsel gibt es. Das war auch riskant, was du da anspringst. Habe ich mir auch gedacht. Ja, zieh. Dennis. Oh, ich mache so. Oh, ich fehl pass heute. Jetzt habe ich ein ordentliches Fail. Wie geil ist das? Einen großen Kopf? Nein, ich bin in deiner Aufstellung. In meiner? Sag mir, wenn willst du wechseln? Hamschick statt Tolisso? Sag es mir. Ich mache das jetzt. Willst du Hamschick spielen lassen? Roberts? Javinho? Ich glaube, Javinho ist ein guter Wechsel. Gegen einen Torwart oder wie? Nein, willst du wechseln? Ich wechsle jetzt. Ich probiere das jetzt. Oha, Alter. Javinho? Aber bitte. Aber bitte. Ja, genau. Wenn ich den Chat wechsle. Ich bin gespannt. Warte, soll ich nochmal schauen, ob ich jetzt wechseln kann? Jetzt bin ich auf meiner Mannschaft. Aber bei mir zeigt das jetzt alles normaler. Nein, das ist nicht in meiner Mannschaft. Ich sehe Porto. Ja, und wenn ich drauf drücke. Schöne. Wie geil ist das denn? Ich war auf Brand. Auf einmal ist der Kopf über die ganze Aufstellung gewesen. Okay, ich kann jetzt aber nicht wechseln. Aber du hast doch gerade gewechselt, oder? Vielleicht nimmst du die trotzdem an. Ja, bei dir hab ich gewechselt. Ja, bei dir hab ich gewechselt. Du gehst bei mir wechseln. Nicht bei mir hat er nix gewechselt. Hast du schon gewechselt? Anspieler? Einen. Oh, hoppala. Ja. Na, das will nicht. Das will heute nicht. Das ist kacke. Ja, aber das kommt davon, wenn man keine Schnellwechsle anstellt. Oh mein Gott, schau mal. Es hat funktioniert. Nein, Spaß. Den habe ich eingewechselt. Oh, das ist jetzt nicht funktioniert. Wir haben die Fahrstelle. Ich habe kein Problem mit dem Eingang. Oh. 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 Tut mir leid, Herr Inspektor. Diesen Wechsel sehe ich nicht. Tut mir leid. Entschuldigung. Na, dann müssen wir halt so wechseln. Corona geht, Alex kommt. Er spielt zwar nicht auf der richtigen Position jetzt einmal, aber er ist da. Oh. Oh. Flieg doch halt nochmal. Oh. 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 Oh, da ist es langsam. Oh, das ist langsam. Oh mein Gott. Oh, wie schön. Oh, machst du Spaß? Nice. Nur deine. Ist das der Shot Roberts? Nein, irgendein. Soll ich deine Spiele anschauen? Ach gut. Das Video kann auch Stimmen spielen. Roberts auch. Ja, ich kann es sehen. Pillscouting machen. Die Mannschaft muss zusammenkalken, wenn wir sie kein bisschen haben. Kannst du anschauen, wenn ich auf der Reserve sitzen? Ah nein, Blödsinn. Oh Mann. Ich habe gar nicht gesagt, du sollst dorthin passen, du Trautl, du Bimbo. Oh, schon. Ja. Das, was er schafft. Chavinho. Oder was Chavinho? Komm, 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 komm. Auf Portour auf jeden Fall. Portour hat das Dortmund gemacht. Ja. Chavinho spielt links. Kann sein, dass er die Vorlage gemacht hat. Ah, den habe ich jetzt schön frei oben laufen gesehen. Ausgleich. Aber vielleicht funktionieren sie deswegen auch weiter, weil sie als Kollektiv eben spielen. Das kann sie wieder auch sein. Boah, schön. Da wird gefightet um jeden Ball, Alter. Oh. Oh nein. Gott sei Dank. Mann, mache ich heute euch viel besser. Ich meine, nicht nur heute, aber. Oh, schade. Schade. Gut draufgepasst von Sebastian. Sehr gut. Ich glaube, es wird der Controller geflogen, wenn es nicht dort gewesen wäre. Oh, da geht nicht einschmiert in den Gegend. Ja, 2 zu 2. Gut zurückgekämpft. Immer wieder Chirona. Da ist der Punkt für Chirona. Also. Höhe derHayer, da ist der Punkt für heute. Da ist der Punkt für den Sinn. Ja. Okay. Das war's.